Feuerio zusammen und herzlich willkommen. Nein, Miri ist dran. Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wundertauschkampf. Nein, es heißt nur Wunderkampf. Du lernst es nicht. Wir sind wieder fleißig dabei, wie ihr seht, bei Miri und bei mir gleichzeitig. Ich hoffe, ihr seht das. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Auswürfen der Regeln. Ja. Machst du den nach? Ich drehe mich so, wie er sich dreht. Du hast echt Langeweile, oder? Mist. Okay, fünf Regeln haben wir. Ich erzähle euch die Regeln, sobald ich mir ausgewürfelt habe. Und es ist Regel Nummer fünf. Man darf dem anderen ein Pokémon seiner Wahl geben. Yay, nein. Immerhin, immerhin so. Wenn ich einen Sonnenfeld nochmal kriege, dann ist das schon gut. Du kriegst einen Tipp. Nicht Kampfplaza. Ich gehe jetzt mit anderen Leuten kämpfen. Ja, toll. Mach doch mit anderen Wunderkampf. Ja, nein, Kampfplaza mache ich. So, auf geht's. Wundertausch. Sechs Pokémon, sechs mögliche Verlierer, äh, Gewinner. Habt ihr gesehen, wie... Ach nein, warte, ich will nichts erzählen vom letzten Mal. Wer die letzte Mal gesehen will, muss einfach die Folge sehen. Miri hat gewonnen. Seht nach, schaut euch das an. Ich, 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 ich hab gewonnen. Mhm. Mhm. Miri hat gewonnen. Das heißt, wie sehr mich das interessiert. Au. Wo war das? Ich hätte fast sein Auge gekocht. Let's trade Aonik aus Signapur, ja das. Signapur? Signapur, Signapur. Signapur. Ich denke, der wird mir nur Schrott geben, weil er wieder so ein Let's Trailer ist. Der hier ist aus Neu-Süd-Wales. Neu-Süd-Wales. Oh ja. Neu-Wales, okay, aber Neu-Süd-Wales. Neu, was, wie Neu-Süd-Wales? Hä? Neu-Süd-Wales. Ist das, dann, gibt's dann mehrere Stadtteile oder was? Ja, na, ja, wahrscheinlich, weiß nicht. Das ist so wie New York eben. Nur eben, dass das in Australien ist. Aber Wales ist doch in England. Ja, deswegen ja. Ach so. Ach so, wie New York und York. Ich hab sie gerade... Ach so, aber ja, okay. Schlag mich. Ich gar nicht. Das wäre so fest, du würdest sterben. Miri verzweifelt mal wieder. Ich musste mich gerade über mein Pokémon halbwegs freuen oder auch nicht. Nicht gucken. Auf Wiedersehen, Signapur. Auf Wiedersehen, Kapador. Gut, dass ich mit dem scheiß Kapador... Stell dir vor, du machst eine Wundertausch-Nasslog und tausch deinen Starter gegen ein Kapador auf Level 1, was nur Blatscher kann. Dann, dann. Instant Game Over. Naja, du könntest dich heimlich durchschleichen und versuchen, ein anderes Pokémon zu fangen. Das wäre das Einzige, was dich irgendwie in den Arsch retten könnte. Aber wenn das einkriegt... So, hallo, das geht nach Malaysia. Meins geht nach Tokio. Ich werde wieder ein Wampel bekommen. Oh, ich hasse dieses Pokémon. Scheiß Tokioana. Oh, wow, wow. Ganz toll. Die ganzen Teams sind schon wieder super voll. Wisst ihr, das Interessante ist immer, man hofft immer die ganze Zeit darauf, jetzt kommt mal ein Gutes, jetzt kommt mal ein Gutes. Aber es kommt nie ein Gutes. Und dann denkst du, jetzt ist egal, jetzt habe ich schon verloren. Und dann kommt mal was halbwegs... Genau, und so alle zehn Folgen, oder fünf, kommt dann mal ein Gutes und dann denkt man, okay, jetzt muss ich weitermachen. Jetzt kommt bestimmt mal gut. Die beiden Pokémon, die ich bisher getauscht habe, können beide nur eine Attacke... Das, ähm... Ich hasse dieses Format so sehr. Sie können beide nur zwei... Jeder kann nur eine Attacke... Das ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Nee, ähm... Das ist einfach nicht fair. Dieses Spiel ist echt... Das ist einfach nicht fair. Das ist so wie Glücksspiel, ne? So ein bisschen. Ich hasse Glücksspiel, ich verliere mich immer. Wenn man am Automaten spielt, ne, und man verliert Euro um Euro um Euro, und dann... Ich habe es nicht mal gesehen. Was brauchen wir mal? Ich dachte gerade, ich habe was Leeres bekommen. Da kam die Zinkrunde an, das Pokémon ist so winzig aus diesem Feld, dass ich dachte, ich hätte nichts bekommen. Ein leerer Tausch. Nein, das gibt... Nein, ist das weiblich? Gibt das deswegen so seltsam aus? Was denn? Das kann nur weiblich... Oder ist das immer so... Was denn? Ja, ich werde es dir jetzt bestimmt nicht verraten. Ist das ein gutes Pokémon? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mit diesem Pokémon noch nie gespielt. Meinst du die Qualle? Nein. Die kenne ich. Die Popotas? Nein. Ich sage es dir nicht. Was hat denn sonst große weibliche und männliche Unterschiede? Keine Ahnung, ob es das... Es ist auf jeden Fall weiblich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied hat. So. Ein Hydropi vielleicht... Weißt du, was auch gut wäre, wenn jetzt einer eine Wunderttauschung anfängt und sein Hydropi wegtauscht und einfach ein neues kriegt? Ja, und das wäre doch cool. Ja, aber das wäre ganz okay. So ein Hydropi hat Startleys ja... Das ist nicht das Schlechteste. Ach. Lazy Man. Na, da werde ich wahrscheinlich nichts Gutes bekommen. What the Lady Man can. Das war so lustig. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch lustig. Das Pokémon habe ich schon zum zweiten Mal. Andalusien. Hey, das ist mein Tischheile. Und dein 3DS-Stift. Das ist dein Stift von deinem 3DS-Stift. Au, dann lass es erst recht heile. Aber das ist einfach nicht fair. Dann ramm ich dir meinen Stift in dein Bein. Ich habe jetzt vier Pokémon und alle sind scheiße. Ich auch. Weißt du, das Gute an der Regel Nummer 5 ist, ich darf ein Pokémon in meiner Wahl mit dir tauschen. Glaub mir, du wirst nichts Besseres bekommen als das, was du jetzt hast. Sicher? Oh nein! Wow! Schaut, das Pokémon, was ich gerade bekommen habe, ist das erste, das zwei Attacken hat und nicht nur eine. Level 2, Level 3, Level 5 und Level 5. Oh, ist das nicht super? Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen. Es ist einfach scheiße. Das Schlimme ist, ich habe noch kein Pokémon, was ich dir gerne geben würde. Ich brauche jetzt nur noch eins. Ich habe einfach nur Dreck. Dreck! Dreck! Also ich glaube, dieser Kampf, ich weiß nicht, vielleicht sieht der Mann dann halt ganz gut für mich aus. Was machst du? Warum? Ich habe jetzt vier Pokémon und die können insgesamt fünf Attacken alle zusammen. Mein Bumblebee geht weg. Warum heißt das wie Bumblebee? Es heißt Bundelbee. Oh nein, schon wieder einer aus Tokio. Na super. Ja, meinst geht auch nach Japan. Jetzt kriege ich wieder einen Waumpel. Herzlichen Glückwunsch. Oh! Dieses Format ist einfach der Kunde. Scheiß auf Erden. Auf Wiedersehen, Bumblebee. Oh, wie du es bist. Oh, wie du es bist. Was war ein Bumblebee? Ja, der Hase. Ach so. Heißt der im Englischen nicht? Bumblebee? Ja. Wie Bun und... Ja, aber es ist so ein bisschen wie Bumblebee aus Transformers. Und er ist gelb und ist ein Auto. Du weißt ja, wie er nachher aussieht, wenn er sich entwickelt. Ja, wie ein Auto. Ja. Gelb ist er ja. So, noch ein Pokémon muss ich wegtauschen. So, das letzte Pokémon. Daran hängt meine Hoffnung. All meine Hoffnung hängt an dir, Baute. Und das tauscht du mir dann? Süd, kleines... Wie hieß das hier nochmal? Geweiher. Auf Wiedersehen. Was? Wie fliegt der Englisch auf? Dann sprich ich es nicht aus, wenn du es nur denkst. Das ist nicht so spitz mit deinem blöder Stift. Der ist mega spitz. Er ist gut. Thomas aus England. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und mein Geweiher geht nach Holland. Ich werde dich finden, Thomas. Oh, der hat seinen Steam-Namen dabei geschrieben. Ich werde dich finden und dich umbringen, wenn du mir jetzt mal schlechtes tauscht. Das heißt, ich kann jetzt auf Steam anschreiben. Ich hasse dich, Thomas. Das ist ein Arsch. Ich finde dich. Wo auch immer du bist. Ich finde dich. Habt ihr gesehen, was ich alles für Pokémon gekriegt habe? Ich glaube... Ich finde dich. Und ich werde dich bestrafen. Dieses Team hier, ne? Wenn wir jetzt die Teams tauschen müssen. Ich werde dich bestrafen. Schaffen, Thomas. Ich glaube, Miri hat nicht den Hauch einer Chance. Ich werde... Meine Pokémon sind Level 2, 3, 5, 5, 27 und 8. Und sie sind fast... Ich weiß gar nicht, was es dir geben soll. Das hatte ich auch noch nie. Das kann ich einfach... Ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann einfach... Das kann nur schon chillen. Das ist eine Pokémon. Das kann nur schon chillen. Das kann nur schon chillen. Meinst du? Oder lachst du mir gar nicht sicher? Ich kann das einfach nicht mehr spielen. Ich kann dir keins von meinen Pokémon geben. Das tut mir sehr leid. Ich kann einfach das Spiel. Ich habe gerade Pikachu gehört. Du hast also einen Pikachu. Oh Mist. Du bist ein Pikachu gesagt. Ich kann das einfach nicht mehr. Los, handelst du mich an. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann nicht mit dir tauschen. Trini, du bist nicht Miri. Jetzt hör doch auf, mich anzutauschen, Leute. Ich tausche mit dir. Was? Ja, ja. Du bist ein Cheater. Du hast aber mit Pikachu gehört. Es hat Pika gesagt. Ja, du darfst nicht zuhören, wenn Pikachu redet. Ich kann einfach nicht mehr. Ich tausche jetzt einfach mein bestes Pokémon. Und dann ist das schneller vorbei. Ist das in Ordnung? Nein. Du musst realistisch davon ausgehen, dass du gewinnen könntest. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was ich alles gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was ich bekomme. Es kann nur Schutzschild, das eine. Es kann nur Schutzschild. Hier, bitteschön. Ich kriege ein gutes Pokémon von dir. Bestimmt. Das ist ein gutes. Das ist das Beste. Ich bin sehr... Das kriege ich auch ein gutes von dir. Ja, es kann Schutzschild. Das kriege ich von dir, was nur Schutzschild kann. Ach so Scheiße. Danke dir. Das ist das Beste Pokémon meines Ziels. So großzügig. Das ist so großzügig von dir. Das ist so nett. Ich denke, das ist nett. Du hast mir eine reelle Chance gegeben. Du brauchst gerade ein Taschentuch. Dieses Format ist einfach scheiße. Ich muss mir die Nase putzen. Ich kann einfach nicht mehr. Nimm meines noch auf? Ich hoffe. Guck mal kurz rüber. Ja, da muss ich aufstehen für. Warum kann ich das nicht sehen? Du musst ja nur auf mein OBS gucken. Äh, ja. Okay. Ich habe dich jetzt als Freund registriert. Würdest du das bitte auch bei mir machen? Wie hast du das gemacht? Magie. Cool. Magie. Okay. Ja, wir wollen weiterspielen. Ja, diesmal ja. Ich denke, es hat nicht funktioniert. Nicht? Jetzt wähle mich aus. Ich werde dich aus meiner Freundesliste werfen, wenn du... Das ist meine Freundesliste. Ich werde dich aus Balouis Freundesliste werfen, wenn du mich noch einmal anhandelst und antauscht. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist ein bisschen, äh... Der Aufnahme ist ja nervig. Ist sowieso egal, ob ich weiß, was du hast oder nicht. Ich kann das einfach nicht mehr, wenn ich das spiele. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich finde es fair, nach dem, was bei den letzten Aufnahmen passiert ist. Du, aber das war nicht... Du hattest das Bitofuck, was du mir getauscht hast. Das ist das beste Pokémon in meinem Team. Aber es kann nicht. Und das ist das Schlechteste in deinem gewesen. Jetzt überleg mal. Überleg mal, wie ich mich fühle. Weiß ich nicht. Ich kann einfach nicht mehr. Und ich habe zweimal das selbe Pokémon. Liebe dich, glaube ich. Ich kann einfach nicht mehr. Was geht denn los? Lass das Abmetzeln beginnen. Ich kann einfach nicht mehr. Es konnte nur Schrutschen. Du hast ein Hundi. Ich wollte auch ein Buffet. Das ist weiblich, ne? Ja, das hat Make-up. Ja, eben. Warum hat das Make-up? Weil es weiblich ist. Ja, das hat Kassi hat Brau gemacht. Toll. Händlichen Glückwunnen. Was kann das Ding denn hier? Mal gucken, was das ist. Konter den Angen. Das ist ein Wohin, genau. Bist du blind? Ja, aber... Toll, das kann ja... Wow. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht. Wieso machst du... Ich hase mein Leben. Dieses Pokémon kann einfach nichts. Ganz tolles Pokémon, wow. Ich hätte jetzt einfach die ganze Zeit Jaule einsetzen. Ich denke auch. Aber das bringt ja nichts. Was glaubst du... Selbst wenn ich meinen Angriff so hoch steigere, wie es geht, wird das nicht reichen, um dich zu one-hitten. Und was Wohin genau kann ja nur Spiegel attacken. Ich habe... Und dann ist es aber so ein hässliches, weibliches Wohin genau. Komm, hol mal was anderes raus. Aber nein! Aber es kann nicht! Aber ich hätte es jetzt bestimmt down bekommen. Ja, bestimmt. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach... Ich kann das nicht mehr. Ich kann... Ich hasse dieses Spiel. Und ich liebe dich. Au! Ich denke auch. Poochie Anna! Uh, übernimmt! Warum? Was ist ich, Leute? Der für ein Typ Käfer? Flug. Flugkäfer? Beides? Vielleicht. Vielleicht ist es auch Wasserflug. So wie Garados. Der ist Wasserdrache. Der ist Wasser und Drache. Aber da kommt der Aphrodisiakum. Oder wie es heißt. Guck mal, was das hier kann. Ich hasse dich. Nein. Oh wow. Das hätte ich vielleicht nicht machen müssen. Au! Aber nein, du kannst nicht Verfolgung machen. Oh, das macht ja viel Schaden. Ich kann einfach nicht mehr. Nicht weinen. Das Ding hält ganz schön viel aus. Ja, ich weiß. Das ist das beste Pokémon in meinem Team. Toll. Was willst du mir damit sagen? Nick? Ich habe es dir gegeben. Sei dankbar. Stirb nicht. Ja, es ist nicht gestorben. Komm schon, ein Crit. Warum kein Crit? Weil es mich lieb. Weil ich es von dem immer ich es dir gegeben habe. Tschüss. Auf Aphrodisiakum. Nicht weinen. Alle gut. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, wie süß. Ein Kacklonson. Ich kann einfach nicht mehr. Aber da ist alles gut. Komm, greif es doch noch vor mir an. Cool, ich bin jetzt Typ Unlicht. Okay. Antikraft. Juhu. Kein 6 und 0. Warum? Das ist so viel Schaden. Wie so viel Schaden. So viel Schaden. Du luft jetzt Gott, der blöde Fisch auch hässlich. So gute Sachen habe ich jetzt gerade gar nicht. Der Fisch ist ganz schön scheiße. Er ist schnell, aber ansonsten scheiße. Hast du mich gerade geküsst? Ja. Was passiert? Warum werde ich geküsst? Ich käufe doch. Und damit tötet es sich selbst. Wow. Oh nein. Das hat schon fast Schaden gemacht. Ich bin, wow. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Akkurelle ist bestimmt besonders effektiv gegen den Kekleon. Oh, jetzt werde ich Typ Wasser. Juhu. Hast du überhaupt damit? Die anderen haben einen Typ zu wechseln? Ach, komm schon. Das nervig. Wie viel Schaden hat das denn gemacht? Ich habe fast Chancen gegen dich. Ja, fast. Ja, ich denke auch. Nein, nicht zurückrufen. Keiner dir erlaubt. Noch ein Wasser-Pokémon. Okay, irgendwie ist das ziemlich scheiße alles. Los geht's. Nein, warum hast du zurückrufen? Weil es scheiße ist. Nicht Pikachu. Ja, aber Pikachu. Blubber. Blub, blub, blub. Ich weiß gar nicht, wie Blubber... Boah, wie war's? Ja, natürlich. Geweiher. Geweiher auf Doom. Ich denke, du bist ein Arsch. Ich danke? Ich danke dir auch. Ich denke, du bist tot. Nein, Arkado. Auf Wiedersehen, Arkado. Arakdo, Entschuldigung. Der andere Name war besser. Den, den ich dir gegeben habe. Bumblebee. 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 Sag ich doch. Los, tötest. Na, warte, wir müssen erst was verhindern. Nein, wieso kann es Ruck-Zuck geben? Blödes Vieh. Nicht mal darüber. Ich denke nicht. Yes. Das paralysiert zu 100%. Du musst dich nicht darüber freuen. Natürlich freue ich mich. Ich freue mich immer darüber. Aber doch nicht so, als wäre das jetzt eine Leistung gewesen. Doch, hat sie ganz gut gemacht. Pikachu hat nichts Besonderes getan. Doch, das hat die polarisiert. Aber das macht uns immer mit Wangenrubble. Nein, du hast keine Ahnung. Ah. Boah, ist schon zweimal durch die Paralyse gekommen. Das war genau das, was ich machen wollte. Nein, war es nicht. Warum hast du Doppelteam eingesetzt? Ich glaube, ich habe mich verdrückt. Ich werde dich jetzt nicht mehr treffen. Keine Sorge. Hoffentlich nicht. Nie wieder. Es ist durchgekommen. Wie kann es denn dreimal durch eine scheiß Paralyse kommen? Ich liebe dich. Du bist mein neues Liebling. Ich fand das so süß. Als ich das erste Mal gefangen habe und dachte, oh, die Entwicklung muss so süß sein. Und dann hat es sich entwickelt und ich dachte, ich möchte es nicht mehr haben. Kannst du mal aufhören, diesen Scheiß-Ruckzucki rumzunerven? Es ist schon wieder durchgekommen. Ja, das gibt es doch gar nicht. Jetzt bin ich aber down, oder? Warum macht das denn so wenig Schaden? Was ist denn mit dem Vieh falsch? Bannel B. 1-4-0 nur. Dafür, dass mein Team so scheiße war. Ach, das gibt es doch gar nicht. Es ist schon wieder durchgekommen. Hörst du jetzt mal auf. Wie kannst du denn fünfmal durchkommen hintereinander? Das ist doch nicht normal. Jetzt kommst du nicht mehr durch beim letzten Mal. Das kann ja nicht wahr sein. Fünfmal, das ist Rekord. Sechsmal, das ist Rekord. Und wenn du dich noch einmal darüber beschwerst, dass bei mir sowas nie passiert. Ich wüsste Paralyse einfach. Du bist ein Arsch. Jetzt darfst du auch Paralyse jetzt sein. Ich erlaube es dir. Das gibt es doch gar nicht. Siebenmal. Ich glaube, das ist Weltrekord. Siebenmal durch eine Paralyse kommen, oder? Ist das Weltrekord? Siebenmal ist es durch die Paralyse gekommen. Das ist ganz schön krass. Was denn falsch? Siebenmal. Dreimal ist schon beeindruckend. Aber siebenmal? Ja, aber was soll das denn? Ein 3-0. Es sieht gar nicht so gut aus, irgendwie. Ich habe nur noch ein halbes Pokémon und du hast das hier. Ja, aber... Und du setzt Kontain und damit bin ich One-Hit. Ja, ich habe nur den Fall und Kontain gesetzt. Boah, macht das viel Schaden? Dann hat man doch einen Maß. Wie, das macht viel Schaden? Hört jetzt mal auf damit! Was ist los? Du bist so scheiße! Du bist so doof! Schon wieder? Yes! Kannst du mal aufreinern, damit? Das kann doch nicht wahr sein! Du bist ein Dovi! Was hast du jetzt eingesetzt? Was hast du eingesetzt? Was jetzt passiert? Was passiert gerade? Wir haben gerade die Fähigkeiten getauscht. Hä? Wie? Was für Fähigkeiten? Was hast du mit mir gemacht? Yes! Nein! Yes! Vorhersage Deluxe! Du hast einfach die ganze Zeit nur noch das gleiche eingesetzt. Genau. Ja! Nicht so... Ja! Keck Leon! Yes! Könnte das mal bitte! Komm schon jetzt Crites! Nein! Nicht Crit! Nicht Crit! Nicht Crit! Nicht Crit! Nicht Crit! Ach! Fast! Ja, das richtige ausgewählt! Komm schon, Keck Leon! Ach, Schade! Ach, das war doch klar, dass sich das nicht mehr gewählt hat! Wenn du noch ein paar Mal die richtige Attacke gewählt hättest im Verhältnis zu meinem Verkleidigung! Zielstrahl hat gar keinen Schaden gemacht! Ja, ich wollte! Hast du gesehen, wie schön das Muster war? Ja! Tup, 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 tup! Ja, das war's schon wieder, wenn der Wunder kam! Wie hoffen, euch hat er nicht voll gefallen? Ja, das war eine großartige Leistung, dass du gegen mein Team 3-0 gewonnen hast! Das ist unglaublich beeindruckend gewesen! Ich war jetzt schon nicht so ohne, ne? Dafür hattest du sechs Pokémon, die nicht ohne waren! Na doch! Also das Vieh, was nur Spiegel kann, nur Schutzschild kann, hätte mir auch nicht geholfen! Das ist verboten im Competitive! Was? Wohin genau? Warum? Das kann doch gar nicht! Weil es Wegsperre und Konter und Spiegel käpert! Was ist denn Wegsperre? Dass man nicht austauschen kann? Ah! Weil wenn du zwei davon sich gegenüberstehen hast, ist es vorbei! Ja, gut ihr Lieben, das war's! Guckt bei Miri, da könnt ihr die ganze Folge aus ihrer Perspektive gucken! Oder guckt bei mir, wenn ihr bei Miri guckt! Dann seht ihr alles aus einer anderen Perspektive! Und das war's dann! Bis zum nächsten Mal! Macht gut und tschüss! Tschüss!